einen wunderschönen guten Abend Leute ich habe euch ja an die droht dass wir irgendwann mal so ein bisschen custom spielen und jetzt ist es soweit wie gewohnt in Hard ich habe ein bisschen Bock auf Sümpfe deshalb als Kiel Sky Stalker unterwegs und in den großen Sümpfen logischerweise startend jetzt überlege ich mir noch was war so als Loadout mitnehmen das fällt mir tatsächlich gerade ein bisschen schwer ich habe ja schon mal durchgeguckt bei 15 Punkte ist ja jetzt nicht so richtig viel also mal gucken angenommen wir nehmen den Weste mit Weste macht Sinn und dann bin ich ja auch ein Freund davon direkt zu Beginn ein bisschen Strahlenschutz zu haben so peng 6 Punkte weg denn ist Pistole immer eigentlich geil problematisch ist nur so manche Mutanten damit zu jagen ich würde aber auch gerne schon den mitnehmen hier wegen mehr Tragegewicht und ist ein Hunters Kit was haben wir noch 7 Punkte übrig schruffeln sind natürlich auch immer eine Option aber das Ding ist hier auch nicht verkehrt und der Munitionstyp fetzt halt ich glaube die hier ist am weitesten verbreitet ne der Munitionstyp 9 x 18 und ein Messer ein Messer was dicke Häute schneidet wir haben noch 3 Punkte übrig so weil ich keinen Bock hab zwischendrin zu verbluten wir müssen ich finde man kriegt es recht schnell hin ja aber man braucht zum Anfang halt so ein bisschen Zeug du hast mal so den ersten Treffer die man abkriegt übersteht 9 x 18 das ist ja AP ne das ist das normale FMJ da so alle Punkte aufgelutscht die Auswahl man hat das ok ich glaube das soll sein ich hab die Musik ein bisschen ich hab die ausgemacht weil die ist immer so laut im Spiel mach ich sie natürlich an da fehlt sie mir denn so wir sehen uns gleich drin wieder und ich hab die Musik So So, da sind wir wieder. Zurück drin. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das gestalte. Mit dem Schneiden und so. Das sieht gut aus. So, jetzt kriegt der PDA hier noch eine Stelle. Das ist schon belegt. Sehr gut. Ich hoffe, das mit den Settings passt so. Hat er dann meinen alten Kram ausgewählt? Ja, hat er getan. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das passt. Ich kriege immer keinen perfekten Punkt hin. Zwischen Helligkeit, also zwischen dunklen Stellen und der Dunkelheit da. Und da tue ich mich immer schwer irgendwie. Ich bin neu hier. Ich brauche Jobs. Wer sammelt denn Rodent Meat? Das macht kein Mensch, Alter. Und wir müssen was fressen. Frieden, Junge. Hier waren wir erstmal zu cold. Spät ist das früh, ist um 8. Ich habe mich übrigens, wie man unschwer erkennt, für die quadratische Medi-Web entschieden. Das ist das einzige, was für mich Sinn macht. Es bricht zwar so ein bisschen hart ins Bild, aber die anderen Optionen, das geht ja gar nicht. Das kriegt ja meine dreijährige Tochter besser hin. Haus des Horrors. Sorry. Gerade von den Töchtern gesprochen. Da kommt die Große runter. Und erzählt mir, dass ich nicht schlafen kann. So. Aber Heike ist zugestimmt. Hast du noch was anderes? Militär töten. Mhm, mhm, mhm. I like it. Das ist auch, ich meine, das macht man nebenbei so, deswegen kann man das annehmen. Das gehört irgendwie auch mit zu dem Custom Package dazu, dass man einfach, also so gibt es andere Formen von Missionen. Auch diese erste mit dem, mit dem Gruseldorf, mit dem Horror at Night. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich habe mir das ja schon so ein bisschen angeguckt, aber. Weil da musst du ja wirklich des Nachts aufschlagen. So, was sagen hier diese normalen Gurkenaufträge von euch, Leute? Wir müssen natürlich erstmal alles, was wir für Möglichkeiten annehmen. Und das war eigentlich schon mal gar nicht schlecht hier. Bohrerhände natürlich. Der kann schon mal mit hier. Rundefleisch sollten wir auch hinkriegen. Dokumente für Clear Sky aus dem Cordon. Das wird dir demnächst sowieso passieren. Der Rest ist hier, ernsthaft, wild. Zombie-Hände. Oh, nochmal Dokumente. Ja, alter. Ah, das sind wieder diese Feldstudien. Die sind immer ganz schön anstrengend, finde ich. Einen Field Receiver habe ich hier noch nicht. Also belassen wir das erstmal so. So, viele von euch haben mir schon gesagt, dass es zu schwer ist. Und ich kann das völlig nachvollziehen, wenn man so nach zwei Seichten an... Na, man wird zweimal süß getroffen und fällt um. Aber wenn ich mich so an Gamma zurückerinnere, bin ich... Also für mich, glaube ich, war das da auch so. Und ich habe jetzt diesen Ballistic Patch auch nicht installiert, weil ich komme auf diesen russischen Discord-Server absolut nicht klar. Ich finde das generell völlig unübersichtlich, das Ganze. Und deshalb lasse ich das mal so, weil bisher habe ich auch keine... Keine richtigen Probleme festgestellt. Und ich versuche einfach mal irgendwie zu überleben. Ich will dir... Ernst, ruhig, Leute. Ich will dir mich hier nur ein bisschen umgucken. Weil das hier über schnell geschehen muss, ist... Eine Kopflampe. Weil das gibt es dann hier wieder nicht, ne? Die kannst du hier zum Anfang nicht auswählen. So, zwölf Schuss sind drin. Gott. Aber wir haben ein bisschen was. Immerhin. So, wir führen uns unsere erste Tour hin. Wo wollen wir uns denn hin bewegen? Hier sollen wir einfach lang marschieren. Oh, was ist denn hier passiert? Die Pumpstation. Ey, wir sind völlig frei im Tum gerade. Außer halt aus dem Core Run die Dokumente besorgen. Ah, was ist das denn? Okay, pass auf. Dann gucken wir erstmal kurz bei der Kirche vorbei. Oder in die erste Pumpstation, weil ich will wissen, was da passiert ist. Das einzige, was mich bisher wirklich nervt, sind, es sind extrem viele Anomalien. Und ich bin der Meinung, ich habe auch schon dran rumgespielt, dass es weniger sind. Oh, was ist denn das, ey? So, ein Schritt, da hast du so 2000 Frames und auf jeden Fall noch jeden. So, ein Schritt, da hast du so 2000 Frames. Ich bin ganz gespannt, ob die hier gegen Banditen gekämpft haben. Guck mal, die ist schon eine tote Katze. Ich darf ihn natürlich nicht mehr daran rumfingern, ey. Dann können wir uns das wahrscheinlich auch klemmen. Ich habe den hier gemacht, Kollege. Drei Fälle. Die sind dann schon 30 wohnen, finde ich. Ist das alles in der Hohre? Das wird hart. Das ist ein guter Fund. Oh, guck dich das mal an, hier. Oh, das wäre schon richtig ultimativ. Einfach nur die ganzen, diese Teile, ne? Wenn ihr die zum richtigen bringt, dann habt ihr schon mal schnell ein paar tausend zusammen. Wir haben ja hier den ganzen Sumpfler geschossen jetzt quasi. Und das erste, was für uns also übrig bleibt, sind wieder irgendwelche Wildschweine. Die wieder tonnenweise Treffer vertragen. Weil wir noch keine HP-Munition haben. Alles klar, Digga. Ah, ich blöde natürlich. Ah! 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 So, wo ist denn Freund hin? Es läuft gerade noch echt unrund. Ich hoffe, dass... Das beruhigt sich so ein bisschen mit der Zeit. Ah! Da gehe ich nicht ran. Oh! Da ist Ohre inne. Die sind so fies hier. Das dumme ist ja, man kann jetzt nicht einfach die Location... wie man möchte ablaufen. Das ist immer ärgerlich hier. Ich finde, im Kordon ist das immer am, wie soll man sagen, am Vorhersehbarsten, ja. Da ist Ditte. Da sind immer Banditen auf dem kleinen Maschinenpark. Und da kriegst du dann immer so deine erste Beute schon so ein bisschen. Und auch immer ein Auftrag. Und hier ist das immer so ein bisschen, ja. Bisschen unklar alles. Hupsi! Oh, da ist drin. Hallo! Ah shit! Mir fällt gerade ein, ich habe uns gar keinen Namen gegeben. Aber das können wir ja gleich noch im Nachhinein machen. Was mache ich gleich noch? Da kann ich das dann verbaseln. so wo war ich jetzt namensänderung quatsch ich habe mich entschieden den menschen siegfried hartriegel zu nennen ich glaube das ist ein guter stalker name so und war auch damals mein witzvorschlag für den sohn den wir hätten bekommen können klingt ja schillig bei euch hier mein kackt euch doch nicht ein messer ist heutzutage völlig normal völlig normal setzt euch wieder hin jetzt ist die itale weg total sind ja auch so eine ding leichthaut das geht krieg ich das noch mal fraktur hände hier ich nehme das alles andere verrecken die wieder in einer tour eigentlich ist mir das auch scheißegal das bisschen ruf was du da verlierst das holz irgendwann wieder rein wobei ich das ganz schön dreist finde dass mir punkte abgezogen werden dafür dass die nicht auf ihren schlüpfer aufpassen können unsinnig sowieso das nächste hier könnten wir kontakt haben und hier auch definitiv ich glaube von hier kommen auch die schüsse vielleicht das ist mal kurz das eine dorf hier ab tingeln schwierig stelle ich mir was vor den maschinenpark hier denn weil da ist ja immer militär und die mit der pistole anzugehen ist glaube ich so nicht das richtige wäre jetzt aber auch ein bisschen krass wenn jetzt hier wirklich abtrünnige rum eiern weil in dem dorf sind hier immer sehr zahlreich und es gibt ja irgendwie viel 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 weniger gegenstände die so einfach rum liegen ja das ist aber nett ach nee das munition ich dachte sind streichhölzer streichhölzer dass man nicht mal eine standard ausrüstung an streichhölzer hat und deswegen bin ich ja meinig zum anfang ist das echt gut wenn du ein paar banditen hast die du erschießen kannst in deiner nähe weil die ja immer so kleinen kram wenigstens bei haben ja das mit dem militär das brauchen wir nicht probieren aber mir fällt kein anderer kein anderer punkt ein wo wir jetzt ausrüstung herbekommen das ist ein bisschen ungünstig gelaufen für uns jetzt zum anfang wir kriegen keine ordentlichen aufgaben hier keine billigen mutanten abknallen oder irgendwas oh slavik machst du denn hier draußen du willst auch fleischhaut natürlich ihr könnt euch aber auch selbstständig bemühen theoretisch schönen tag also uns fehlt es hier quasi gerade an allen allen also es ist das sinnvollste was wir machen können zum cordon zu gehen oh da hinten ist bewegung das gute ist wir können überall sichern dass er schnell speichern ist ja euer bester freund das klingt aber nieten ich habe auch ärger anscheinend oder nicht mehr ich mag das geräusch beim aufheben von den bandagen und ich finde cool dass sie wieder stalker in der nähe angezeigt werden plündert er hier rum nach tatsache man ihr affen jetzt ist nichts mehr für mich übrig ja eine scheiß gitarre alter der hatte bestimmt richtig miesen loot ach man ey der bandit den umgebracht halt die gefühne ruhig die haben den da nebenbei aus Versehen mit erschossen die anderen beiden und hier ist ja auch ein toter ach guck mal ich bin so fertig mit der mission ihr könntet abgeben aber dabei eh dokumente besorgen müssen macht halt keinen sinn auf die paar kronen können wir jetzt auch noch kacken so machen wir kurz hier mal looky looky hier steht hundertprozentig eh ne also die sind immer da ne oder aber ohne ne langen waffe möchte ich da nicht ran naja guck mal naja da läuft da wir können ja mal einfach mal so just for fun ein Gefecht anfangen also ein Problem habe ich festgestellt dass immer wenn du jetzt speicherst irgendwo oder du kommst in einen neuen Kartenbereich und da sind Gegner du kommst das an beim ersten mal kannst sneaken kannst dir ein bisschen den Plan machen und versagst du dann aber und lädst neu sind die direkt scharf auf dich also du kannst das dann sind die direkt aggressiv verstehe ich irgendwie gar nicht das hatte ich aber auch bei Gamma das Problem ähm drei Anzeigen vier oh er hat mich eigentlich gesehen müssen und die kriege ich nicht mit meiner FMJ nieder das wird glaube ich nix da hilft auch einer dann haben wir die Maschinen hier wer schützen kommando petting schönen tag die Zeit guck mal die MG Schützen hier so ein bisschen unter der Arme greifen können was ist das ein Trainee das ist eine doofe Position zum angreifen hier ist eine doofe Position zum angreifen hier der Surround und mich immer noch vier Anzeigen das ist zu viel vielleicht kriegen wir einen MG wo standen wir da da ich bin die Waffe gut speichern vielleicht shoppen wir da naja der ist außen ich brauche immer zu lange für dieses Management Digga du musst dich einfach mehr von Kopfschüssen beeindrucken lassen oh du wichser alter du dummes Arschloch hat er aber gut gemacht also ich glaube so wurde ich noch nie von der KI gepusht dann einfach das wäre viel einfacher mit einer großen Waffe Fick durch die Lüde sollst du mal Ausdauer haben ein Artefekt so hier haben wir jetzt aber dasselbe Schicksal so warte mal was waren hier Einzelschuss wir haben aber neun Dinger Feuerunterstützung das war nicht schlecht das war nicht schlecht wir haben noch einen und das ist der auf dem Dach oder ich hab noch drei Schuss und das ist der ist runtergekommen ah nicht schlecht Mann ey aber wir haben ja auch nichts an außer so ein Fetzen der muss uns ja erschießen der hat ja gar keine Wahl und wir haben es gut gemacht und er hat so lustig wie weil guck mal wer da immer über den Zaun geguckt oder Wilson ja hat er sich leider mitgefangen war eigentlich super war ne Top-Performance Problem ist Holzzäune werden dich schlagen Hallo wo bist du du kannst auch mal was machen jetzt ich hab hier vier Leute erschossen komm mal nochmal am Peak hier jetzt haben wir es und damit haben wir jetzt endlich unsere erste heute das hier sieht schon mal lecker aus weil dafür findest du vier Munition hier ist Wilson ich glaub damit gehen wir zurück und spenden den anderen nochmal ein paar Kugeln ich werde mich hier mal kurz ein bisschen aufladen mal gucken welche Waffen wir behalten und dann sehen wir uns gleich wieder oh dieser richtige Arsch so wir sind wieder zurück am Dorf jetzt kommen die ersten Anzeigen rein ich überlege ob wir hier hinter den Traktoren bleiben und den Betonröhren einen schnellen Push nach vorne um die Deckung zu genießen weil im Gebäude scheiße weil wir von zwei Seiten angehbar sind er dreht sich grad weg vielleicht erwische ich noch ihn am Feuer zwei Anzeigen bisher speichern wir nochmal da steht ja einer dran alter speak ist gut alter was ist denn mit ihm die richtige sheet die Optik das ist so ein Schmutz ich könnte ich könnte damit niemanden machen geht gar nicht nein der hat ihn gekriegt aber hat er recht ich habe Angst dass Kleiner von hinten kommt Oh, du dreckiger Kleiner. Muss ich mal kurz los, Leute. Das war's. Ach, Junge. Oh, dich haben sie leer gemacht, ja? Ey, wir haben das geschafft hier, ey. Es ging eigentlich, oder? Klar, wir sind ein paar Mal richtig verstorben, aber... Ich glaube, das kann man gar nicht vermeiden, wenn man so einen Punkt hier zum Anfang angeht. Das kann gar nicht anders laufen. Ich habe den hier hinten eigentlich tatsache tödlich getroffen. Gucken, manchmal steht hier einer noch so in seinem Posten, der von der ganzen Sache immer eine Schmitte kriegt haben will. Das ist so der, der immer sagt so, ey, ich habe hier nur eine Schmitte, ich habe hier nicht gesehen. Konnte ich nicht eingreifen. Das geht auch nicht, aber das ist egal. Das ist hier ein enormer Vorteil. Die Munition dafür haben wir auch nicht mehr, ne? So, wir sparen Gewicht. Das ist nicht verkehrt. Jetzt haben wir hier ein bisschen was zum Spielen. Boah, was sind hier alles drin? Der Playboy kommt mit. Guck mal, der Schrein noch. Na gut, eh ja, okay. Ich werde jetzt hier mich ein bisschen auffärmen, was essen. Und dann gehen wir Richtung Corner. So machen wir dann nämlich. Kuttenkleber nur bis 90. Kuttenkleber nur bis 90. Leute, ich bin angekommen. Ich habe uns eine Geburtsurkunde besorgt. Gut, wir heißen jetzt offiziell Secret-Hard-Regel. Und jetzt komme ich hier raus. Und jetzt steppen wir hier gleich Banditen rum. Oh, die kommen her. Der kommt genau durch den Busch. Oder? Nee. Okay, die gehen anscheinend zu der Camp-Location. Gehe ich natürlich hinterher. Banditen haben hier im Corner ganz schlechte Karten. Ich suche mir jetzt hier ein schönes Bäumchen. Wieviel seid ihr jetzt wo? Drei? Drei. Okay. Let's save the shit. Da. Hattest du das gesehen? Was das für Ratten sind? Untereinander nochmal geplündert. So eine Schweinebacke, ey. Ha! Unglaublich! Ey, schön die Taschenfolie macht hier, der Junge. Oh! Du warst hier der Transporteur. Für Material. Oh, gut. Wir hätten jetzt sogar eine Lado-Hemmung gehabt. Kann ja hier anscheinend keiner am Lager sein, sonst hätten die ja vielleicht mal reagiert. Uff-Banditen. Oder... Aber das Lager muss ja von Stalkern besetzt sein, ne? Ja. Alles saunig hier. Mach dir bitte nicht wieder so einen Aufstand. Ich durchsuche nur ein paar Kisten. Ha! 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 Da, ich muss noch ein paar Böse. Das ist cool. Ist ein Rucksack? Kompassionstasche. Ah, ja, ja, ja. Ich hab letztens auch durch Zufall ein Video entdeckt. Ähm. Wo das, äh, ihr Stammel von den Zombies übersetzt wurde. Oh, ist so traurig. Da hat man gleich Hemmungen, die zu erschießen, ey. Die betteln da, um ihre Töchter und ihre Familie wiederzusehen. Und aber alles so abgehackt. Du, so... Gedankenfetzen, so. Ach ja, reparieren. Aber wir haben immer noch kein Geld. Was gibt's denn wir denn für... Achso, nee. Das funktioniert ja nicht. Kosten das. Ach, nur 10.000 Rubel. Okay. So. Loris, der hat die Geilzeit. Habt ihr noch coole Aufträge für mich? Das ist ja... Ich bin ja zufrieden mit so ein bisschen Hunde abschießen. Nach Rostock. Ja, genau. So, jetzt kann ich hier von ihm aus... Kann ich jetzt in den großen Sümpfe-Marditen abknallen. Special Mutant. Wieder große Sümpfe. Warum kriege ich hier Aufträge für die großen Sümpfe? Das ist auch hier. Aber das wollte ich nicht. Okay, aber ich hab's trotzdem getan. Extrem bescheiden. Und da haben wir unsere nächsten Kontakte. Da gibt's wieder Waffen. Und das komische, du kriegst Abzüge. Oh, nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja jetzt kein Stalker in dem Sinne. Also kein Luna. Dürfte ich eigentlich keine Abzüge auf meine Goodwill-Punkte bekommen? Ist mir nämlich als Stalker passiert, da hab ich die natürlich einfach abgeknallt. Und dann mit jedem erschossenen Soldaten gab's minus 25 Punkte. Warum bist du denn eigentlich so ein Lappen und stöhnst hier so schnell? Wir haben nicht mal ansatzweise unser Limit erreicht. Oh, da haben sie ja schon mitgekriegt, Leute. Oh, Halbock. Shit, die kommen jetzt alle hier hoch. Das ist ja den einzigen Weg, den sie haben, ja. Eine Seite checken. Ey, hab ich Bock. Was ist mit euch? Na, da war einer. Sehen wir zucken. Oh, du Asi, Alter. Ach, verblutet. Ihr seid so nur unfairen Hintern. Ich verstehe echt nicht. Achso, wir müssten ja mal eine Klasse auswählen. Ich nehme immer den Trooper, das haut für mich am besten hin. Von den Waffi-Kategorien hier. Für die Waffis. Weil ich glaube, sonst... Das macht gleich am Anfang Sinn. Sonst laden sich die Skill-Punkte nicht auf. Ich gehe mal erst auf die andere Seite. Bis mal. Oh, stopp! Ja, klar. Oh, Mann. Dafür habe ich jetzt auch nicht geladen, Alter. Ich denke immer, der sitzt hier in der ersten Sand-Sack-Barriere. Und jedes Mal sehe ich da keinen und denke mir, okay. So ein Hund. Das muss ich jetzt auch nochmal machen, ne? Macht ja schönen Sinn, wenn man jetzt kämpft. Ja, der war jetzt nur der Feind hier, Leute. Seid ihr nur zu viel? Nee, ja, ich, ja, ich, oh, leck mich am Sack, Alter. Vor allem beim, nee, so weit kann ich aber auch immer, nee, ne? Du triffst die, die zucken und währenddessen wirst du erschossen, Alter. Nee, einfach nur nee. Die, ich hasse diese Mucke, die nervt mich dabei extrem, ey, die passt, erstens passt sie nicht. Kann man bestimmt mit einem Klick deinstallieren, aber ich weiß jetzt nicht wie. Und vor allem denkst du immer, wenn sie aus ist, dass es dann auch vorbei ist, weil es auch so abrupt einsetzt. Wo ist er jetzt, Alter? Jetzt kriegt er nämlich wieder eine Sonderbeantlung, weil ich geladen habe. Äh, I know. Ist so. Ey, dieses Game. Das mag ich nicht. Das, das mag ich dann auch nicht. Trigger da. Okay. Mann, ey. Spawn ihn doch dann einfach woanders, genau. Meine Situation bleibt die gleiche. Affe. Affe. Wo kommt er her, Mann? Ja. Ja, ey, du hast nachgeladen, während du wieder gezuckt hast und gestorben bist und rumgebackt hast. Und jetzt, dass du den Magazin darin gedrückt. Weiß ich. Ja, der ist jetzt schon bitter hier gewesen. Und dann, hier sind noch zwei rumgeturnt, die mich nochmal richtig aufgeregt haben. Und ich meine zu behaupten, dass ich genug, genug Munition habe. Oh, guck mal hier. Die hat einen Granatwerfer. Alter. Und einen Schalldämpfer. Wow. Ah, mittlerweile. Kann sich nicht hier sehen lassen. So, und das ist das, was ich meinte in meinem Video. Das hätte euch jetzt auch passieren können, ihr werdet im Kordon gestartet. Und ich habe einen Granatwerfer an meinem Teil. Und hätte ich die Dinger jetzt nicht verkauft, hätte ich sogar einige davon. Also, das ist hier schon brutal. Ich denke, wir müssen meine Pistole fast schon sonst wo hinschieben. Wer lagert denn hier? Noch mehr. Das ist ein Pilot, der Junge. Was macht er denn hier? Was haben wir noch? Ein Trainee. Dieses Feeling am Feuer zu sitzen in der Zone, das ist irre wichtig. Aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, dich einfach ans Feuer zu setzen. Kannst ja von jedem Spritzer erschossen werden. So Leute, und hier beenden wir die erste Folge. Ich werde jetzt hier ein bisschen rasten. Ein bisschen was zu mir nehmen. Lasst ein bisschen Feedback da. Lasst mir wissen, wie ihr das handelt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Beim Aufstieg eines Stalkers. Habt einen schönen Abend. Haut rein.